Hallihallo Leute, willkommen zurück zur mittlerweile schon zwölften Folge hier aus dem Rot... Jetzt hab ich's heute aber hier. Hallihallo Leute, willkommen zurück zur mittlerweile schon zwölften Folge hier vom Craft-Attack-Staffel 8-Server zu einer ganz besonderen, lustigen Folge, in der wir heute Josef und Kroko besuchen und einiges von unserer To-Do-Liste abhaken. Ihr seht schon, ich bin mit Facecam unterwegs, das heißt wir nehmen die Folge hier wieder im Livestream auf und werden heute, wie gesagt, einige coole Punkte erleben, die wir hier zusammen verbringen. Losgehen wird es einmal mit einer kleinen Bass-Tour, es hat sich hier einiges getan, das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Danach werden wir zu Josef gehen, er zeigt uns eine ziemlich coole Attraktion bei ihm im Nether, die er gebaut hat, hat wohl was mit Musik zu tun. Und dann geht's mit Kroko zum One-Diamond-Headquarter, das wollen wir heute weiterbauen und da möchte ich euch gerne den neuesten Stand zeigen und vor allem mal gucken, ob wir eventuell heute fertig werden. Los geht's, wie gesagt, einmal mit unserer Basis, hier hatten wir in der letzten Zeit einiges getan, ja, die Chunks laden hier wieder super schnell und zwar seht ihr schon, der untere äußere Ring steht, es wird noch einen weiteren Ring mit der Mauer aus- und rumgeben und wir haben es jetzt geschafft, die ganze innere Fläche einmal komplett mit Blackstone hier recht zufällig zu füllen und dadurch erahnt man schon, wie groß das ist und wie, ja, dunkel und cool das dann später doch aussieht. Die Schienen habt ihr schon in der letzten Folge gesehen, was jetzt neu ist, ist, dass wir einen Technikeingang haben. Das heißt, man geht hier runter, die Kisten, wenn die nachher verkleidet sind, sieht das auch aus, als wäre es hier in die Wand integriert und hier kann man dann, ja, hier die schönen Villager schon am rumröcheln hören, gefühlt. Es sind doch ein paar, viele tatsächlich, ich glaube schon genug sogar für unser System, ist alles ausgeschaltet. Hier kann man dann hingehen, die Sachen verwalten und hier geht's dann letztendlich auch wieder hoch und somit haben wir hier den Technikeingang. Auf der Seite hier vorne ist auch alles verkleidet mit den dunklen Steinen. Wenn man nach unten geht, kann man hier im Grunde genommen nochmal die Schienen abpassen, war mir ganz wichtig, dass man hier nochmal rein kann, weil wenn hier irgendwie mal ein Villager stecken bleibt oder doch irgendwas mit dem Minecraft passiert, haben wir so zumindest noch die Möglichkeit hier als kleiner Hilfe reinzugehen und dann das eine oder andere Minecraft mit Villager anzuschubsen. Ansonsten ist hier jetzt alles dunkel, wir werden demnächst weitermachen, hier ein großes Lagersystem zu bauen, das hatte ich ja auch schon angekündigt, das wird automatisiert angeschlossen, also ein automatisches Silo-Lagersystem und ich würde sagen, wir begeben uns jetzt einmal ins Nether zusammen mit dem Josef und schauen uns dort seine Attraktion an. Ihr seht schon, wir sind jetzt hier im Nether angekommen und es hat sich tatsächlich hier einiges geändert. Der Boden ist weg, nicht The Floor is Lava, sondern der Boden ist Glas hier und der Josef hat schon gesagt, der ist jetzt hier auch mit dem Chat, der wird aber erstmal hier bei uns die Reaktion sehen und zwar hat er hier wohl was Cooles eingebaut. Dazu sollen wir die Notenblöcke Sounds hier auf volle Pulle stellen und er sagt, wir haben hier wohl irgendeine Attraktion für ein Dia, die heißt Rent a Rig. Das wird ja aber natürlich der Rig World sein, da bin ich mir schon ziemlich, ziemlich sicher und wir sehen eine Menge, Menge an Notenblöcken. Das heißt, hier wird auf jeden Fall Musik kommen. Ich habe schon gehört, dass hier irgendwas mit Zufall sein wird. Das heißt, wir schauen jetzt mal, wir schauen jetzt mal, was passiert, wenn wir den Dia reinschmeißen. Ja, Josef? Hast du den schon reingeworfen? Nein, noch nicht. Es kann sein, dass das ein bisschen laggt. Ja. Ja, warum? Was? Warum lagts? Okay. Alles gut, Basti, hier hat mir gerade was komisch geschrieben. Ja, es kann sein, dass das ein bisschen laggt. Die TPS sind ein bisschen down und wenn die nicht auf 20 sind, dann... Dann ist das ein bisschen verzögert. Okay, okay, okay. Wir genießen das jetzt, Josef. Wir genießen das jetzt. Genießen das. Und Spaß. Und schweigen. Und schweigen ein paar Sekunden. Sehr cool. Sehr cool. Ja, mega, Josef. Mega cool geworden. Auch richtig, richtig lang vor allem. Also, echt genial. Was sagt ihr? Was sagt ihr dazu, Leute? Mir gefällt's, wie gesagt, mega, mega gut. Ja. Ja, das ist gerade mal so schnell und lang so geworden. Das liegt an den herrlichen TPS auf dem Server, die gerade wieder ein bisschen runter in die Knie gezwungen worden sind, von wem auch immer. Genau, also das ist sonst hier tatsächlich ein bisschen flüssiger und beziehungsweise mehr in dem Beat, wie ihr es auch kennt. Aber Mann, ihr erkennt auf jeden Fall, dass das hier der Rickroll ist. Sehr, sehr cool geworden, Josef, muss ich sagen. Wie lange hast du dafür gebraucht? Sehr lange. Du kannst ja mal in das Portal dich stellen und wieder rausgehen aus dem Portal. Die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 8, dass die Melodie einmal abgespielt wird. Try it. Ich kann einfach so rein und raus über die Strings gehen, ne? Genau, immer ist ja wichtig, dass du ganz ins Portal reingehst und dann die beiden hintereinander. Das erkennt nämlich, in welche Richtung du läufst. Achso, okay, dann kann ich ja hier durchs Portal laufen. Das ist ja... Ach, warte mal. Ich mute mich. 1 zu 8, okay, jetzt. Wir gucken mal, wie viel Glück wir haben. Oh, direkt beim zweiten Mal. Perfekt. Janus, grüß dich. Moin, Kroko. Wir sind gerade hier in der Aufnahme. Nicht wundern. Entschuldigung, ich wollte noch nicht stören. Ich dachte, du bist schon rum. Alles gut. Wir hatten gesagt, dass wir gleich bei uns noch weitermachen. Dann hast du schon das coole Rickroll von Josef gehört? Ja. Sehr cool, ne? Schon nicht schlecht gemacht, muss ich sagen. Hallo, Kroko. Moin. Gut. Ciao, grüß dich. Da der Kroko jetzt mit dabei ist, würde ich sagen, erstmal Dankeschön, Josef, dass du uns das hier einmal gezeigt hast. Sehr, sehr cool. Wenn ihr das sehen wollt, schaut unbedingt mal beim Josef in der Folge vorbei. Der hat dazu eine sehr, sehr coole Folge gemacht. Und wir gehen jetzt mal rüber zum One Diamond Headquarter und Kroko und schauen mal, was da so passiert ist und was wir da so heute anstellen. Ja, weiter geht's hier jetzt mit dem lieben Kroko. Beim One Diamond Headquarter. Ihr seht schon, es ist außen einiges passiert. Ihr konntet es wahrscheinlich auch schon auf den Thumbnails so ein ganz bisschen erraten. Der Schriftzug ist da. Der Schriftzug ist da. Das heißt, man weiß jetzt auch, wo man hier an welcher Tür man klopft. Und wir haben schon ein bisschen angefangen, außen was an Erde raufzuschütten. Nichtsdestotrotz ist noch super, super, super viel zu tun. Wir müssen außen noch mal ein bisschen das verkleiden, was wir sozusagen jetzt hier durch die Optik gemacht haben. Wir haben hier ein schickes Aquarium. Das hatten der Kroko und ich im letzten Livestream gemacht. Die Bar wird hier so ein bisschen angedeutet. Die verschiedenen Elemente. Und wir wollen heute mit euch hier ein bisschen vorankommen. Wir hatten auch schon ein paar Pläne, die wir einfach durchgehen wollen, Kroko, ne? Richtig, richtig, richtig. Ja, die To-Do-Liste ist lang. Die To-Do-Liste ist lang. Das geht sogar, ne? Das geht sogar. Es sind ein paar knifflige Aufgaben dabei. Was steht denn da? Kronleuchter. Das ist was, worum sich der Kroko, glaube ich, heute kümmern wird in der Folge eventuell ein bisschen. Ja, mal schauen, ob das wirklich ein Kronleuchter wird. Letztendlich wird es eine Deckenbeleuchtung. Wir müssen schauen, was am besten passt einfach, würde ich sagen. Das kann man dann diskutieren. Vielleicht ganz wichtig zu wissen, wir sind hier immer noch im Mushroom Bayom. Das heißt, sie spawnen keine Monster. Die Ausleuchtung muss nicht 100% perfekt sein. Das ist schon mal ganz interessant. Ja, ist auch hilfreich, ne? Ja, definitiv. Dann haben wir die Treppelwende, beziehungsweise die Wendeltreppe. Die werde ich jetzt mir gleich in den Eingriff nehmen. Dann müssen die Wände oben und die Decke oben gemacht werden. Da bin ich so gut wie fertig. Die habe ich jetzt gerade schon angefangen, die Aufgabe. Unten müsste theoretisch das Breeder-Layout gemacht werden. Das kommt später. Die Couch-Ecke, die Bar, die haben wir gerade gesehen. Die müssen hier auf jeden Fall noch gemacht werden. Und dann haben wir die DIA-Sterndecke, den Beacon. Dafür haben wir schon angefangen, was auszulegen. Und dann will Kroko noch ein Ausgabenbuch haben. Denn der Beacon, der wird hier unten von der Mitte bis nach oben hier letzten Endes durchleuchtend. Den haben wir jetzt schon freigebuddelt. Das sollte soweit auch klappen. Und Kroko arbeitet jetzt gerade so ein bisschen an der Anpassung der Decke, beziehungsweise des Deckendesigns. Was haben wir da genau vor, Kroko? Ja, aber gut, wir haben ja gesagt, wir machen so eine klassische Diamant-Decke. So wie sie im Shop auch schon drin ist. Mit funkelnden Diamanten. Nicht zu viele, nicht zu wenig. Und dann, wie gesagt, vielleicht kann ich irgendwie eine Art von Beleuchtung integrieren. Das muss ich aber jetzt noch schauen, was ich da mache. Ich probiere mal das auf, was ich zuerst im Kopf hatte. Dann diskutieren wir das und passen es dann gegebenenfalls einfach an. Das hört sich nach einem sehr, sehr guten Plan an, muss ich sagen. Ich werde mich jetzt mal an die Wendeltreppe, Treppelwendeldingens setzen und hier das einmal hochziehen. Die Idee ist, dass wir hier Glas verwenden. Dass man hier den schönen Fahrstuhl, beziehungsweise die Technik noch so ein bisschen sieht. Das wird dann also mal ein sehr technischer Ausblick. Und sobald wir dann die Wendeltreppe haben, machen wir oben weiter, wo wir dann das Wand- und Deckenlayout machen. Das zeige ich euch gleich, wenn es dann soweit ist. Wir starten jetzt hier erstmal und geben euch dann gleich ein kleines Update, wenn wir hier die ersten Sachen gebaut haben. Ja, da sind wir. Die drei Baumeister, der Kroko, der Josef und ich. Wir haben hier ein bisschen weiter gemacht. Ihr seht es schon hier durch die dekadente Diamant-Glaswand ein bisschen durchschimmern. Der Sternenhimmel aus Diamanten. Ja, Kroko, was haben wir denn alles so Schönes gemacht? Diamanten an die Decke geklatscht, weil wir nicht wussten, wohin mit unserem Reichtum. Eine Wendeltreppe gebaut. Eine Wendeltreppe gebaut, die Bar angefangen, den Beacon installiert, der im Übrigen sehr cool und sehr detailliert ist. Und dann, ja, eigentlich dieses Treppenhaus hier, das schöne Eye-Catchy-Stück. Das muss man sich vor allem von außen anschauen. Hast du das von außen schon gesehen, Joe? Ja, dann lass uns mal zusammen abheben, Josef. Genau, weil das ist nämlich dieses Glas von außen, finde ich persönlich sehr, sehr cool. Ja. Das hat auch so was Pilzartiges. Ja. Wir hatten jetzt auch alles verkleidet, dass es eigentlich recht natürlich aussieht. Also, dass jetzt nirgendwo mehr die Blöcke rausragen. Ich finde, das sieht mega aus, als wenn der Berg... Können wir noch eine Kontur ziehen, eventuell? Nee, nee, nee. Eventuell, aber ich bin mir nicht so ganz... Wir haben erst überlegt, ob wir die Ecke hier eine Kontur machen. Das sieht aber nicht so gut aus. Ich finde, so sieht es aus, als wenn der Berg so ein bisschen aufgebrochen ist. Dadurch, dass wir auch den Light Grey Terracotta da verwendet haben. Der passt relativ gut zu der Biom-Farbe. Ja, das gefällt mir tatsächlich von der Optik gut. Ich finde, das sieht echt so aus, als wenn irgendwie der Berg hier irgendwie aufgebrochen ist und hier dann die Treppelwände durchgeht. Und dadurch, dass wir diese zwei Dinge gemischt haben, wirkt das so mushroom-artig, finde ich, irgendwo. Ja. Nicht echt eine gute Idee. Muss ich mal überlegen, ob ich da nochmal was für die Ideenbox rausbastle. Irgendein Häuschen oder sowas modernes. Ja. Pilzinselhaus oder so. Ich finde halt, wenn man jetzt rumfliegt, sieht das halt schon ziemlich gut aus. Okay, wenn man nicht dagegen fliegt. Ja, ich glaube, mit dem Ergebnis, so bis jetzt können wir ganz zufrieden sein. Wir können auch mal ein bisschen so, ja, ein paar mehr Pilze hinsetzen und irgendwie vielleicht ein bisschen Grün noch hinsetzen. Grün unbedingt, unbedingt Grün noch. Aber das machen wir dann noch. Das wollte ich sagen. Wir müssen auch in die Lobby jetzt da noch Grün packen und so sagen, das kommt jetzt alles noch. Ansonsten, One-Diamond-Logo wurde jetzt hier eingefasst, dass es jetzt hier nicht mehr so frei in der Luft schwebt. Ich würde sagen, von außen sind wir jetzt erstmal so mit dem ersten Step fertig. Dann haben wir hier die Treppelwände. Das war Josef's Idee mit den guten Chains und den Endrots. Wir haben die Technik, wie schon vorhin angekündigt, schön in dem gleichen Stil gebaut, dass man hier reinschauen kann, wie das alles funktioniert. Sieht natürlich besonders cool aus, wenn der Josef jetzt gerade hier nebenbei herfährt. Dann sieht man die ganze Technik in Action. Und ja, hier mit der Aufhängung und der Balustrade passt das schon gut. Und ich würde sagen, wir sind heute doch recht gut vorangekommen, oder nicht? Okay, keiner sagt was. Ach, du wolltest ein Feedback? Du wolltest jetzt hier auf Feedback von deiner Community. Die können dir halt erst in die Kommentare dann schreiben, ob wir gut vorangekommen sind. Die werden es schreiben. Ansonsten soll es das, wie gesagt, für die Folge gewesen sein. Ich hoffe, dass euch die Folge hier Spaß gemacht hat. Ich bedanke mich nochmal bei den beiden, dass der Josef hier noch extra ein paar Minütchen länger geblieben ist. Und Koko auch. Dankeschön hier, wie gesagt, fürs Dasein. Super, super nett. Und ich freue mich schon, wenn es dann die Tage weitergeht. Ich sage jetzt an der Stelle schön, Dankeschön fürs Zusehen. Und bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute. Tschüss. Tschüss.